Die Absurdität der Situation der Agrarmärkte heute ist die folgende. Die reichen Länder, also die EU, die Vereinten Staaten, die zahlen ihren Bauern für ihre Produktion und für die Exporte der Produkte Subventionen im Jahr, letztes Jahr, von 349 Milliarden Dollar. Das ist mehr als eine Milliarde pro Tag. Die Konsequenz davon ist das Dumping, die Zerstörung der Agrarwirtschaften in der südlichen Hemisphäre, wo es fast nur Bauen gibt, mit einigen Ausnahmen. Ich nehme ein Beispiel. Die Hauptstadt von Senegal, der Republik Senegal in Westafrika, heisst Dakar. Diese Stadt beherbergt den grössten Landwirtschaftsmarkt in Westafrika. Das ist die Sandaga, der Sandaga-Markt. Wenn Sie auf den Sandaga-Markt gehen, können Sie europäisches Gemüse, europäische Früchte, europäische Kartoffeln und so weiter zu einem Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also der senegalesische Bauer, auch wenn er 18 Stunden im Tag arbeitet, unter brennender Sonne, mit letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, das Auskommen zu finden auf seinem eigenen Boden. Was muss er tun, wenn er noch die Kraft hat? Emigriert er unter Todesgefahr über die Strasse, Meerstrasse von Gibraltar und muss sich dann irgendwo in Südspanien oder als Strassenkehrer in Paris verdingen zu unmenschlichen Bedingungen.